Mein Name ist Peter Hofmann und ich bin Teamleiter am Standort Frankfurt. Ich bin nun langjährig in der Immobilienbranche, letztlich seit beinahe 20 Jahren in diversen Funktionen tätig, dann auch immer im Vertrieb tätig gewesen. Dementsprechend ist Immobilienbranche und Vertrieb meine absolute Leidenschaft. Im Prinzip unterstütze ich den Agent da, wo ich eben nur kann. Das heißt, ich begleite ihn gerne zu Kundenterminen. Wir besprechen Preise, machen Marktanalysen gemeinsam und ich sorge eben im Prinzip dafür, dass der Agent das Rüstzeug bekommt, um am Kunden möglichst erfolgreich zu sein und das jeden Tag. Ich denke, wir haben den richtigen Ansatz, das Maklergeschäft oder das Immobiliengeschäft auf ein zeitgemäßes Level zu bringen und dafür sind wir sehr, sehr gut gerüstet. Offen gesagt, der Lieblingsort ist einfach immer mittendrin. Ich bin grundsätzlich ein absoluter Office-Mensch. Das heißt, ich komme gerne morgens früh ins Office, begrüße alle Leute hier und habe hier einfach Spaß. Möchte auch als Ansprechpartner natürlich gerne für die Agents hier vor Ort sein. Dementsprechend bin ich tendenziell einfach immer gerne im Büro. Ich denke, dass jeder, der mit einem guten Maß an Motivation, an Herzblut, an Leidenschaft zu uns kommt, der ist bei uns genau richtig. Komm zu uns, sei erfolgreich, gestalte mit uns die Zukunft in der Immobilienbranche und sei Teil einer echten Erfolgsgeschichte. Komm zu uns, sei erfolgreich, gestalte mit uns die Zukunft in der Immobilienbranche und sei erfolgreich, gestalte mit uns die Zukunft in der Immobilienbranche